Schatz, wie findest du meine Ohrringe? Oh mein Gott, sehen die schön aus. Die müssen ein Vermögen gekostet haben. Ja, geht so. Geht so? Ja, die glitzern irgendwie voll doll. Das ist so gar kein Grund. Ich habe sogar 50% Rabatt bekommen. Plus 10% Ohrntop. Was? Oh mein Gott, sind die schön! Hä, auf einmal? Ja, diese Marke... Purelay. Purelay hat die schönsten Ohrringe der Welt. Ja, oder? Ist auch alles wasserfest. Die Ketten, der Ring und die Armbänder sind auch von denen. Wie findest du? Auch 50% plus 10% extra. Ja. Boah, wunderschön. Diese Qualität. Wirklich makellos. Echt faszinierend. Danke, ich habe es in Gold. Es gibt es auch noch in Silber und in Roségold. Und der Rabattcode gilt noch bis zum 11. Februar. Und zwar auf alles. Ich weiß, was jemand zum Geburtstag bekommt. Wie heißt eigentlich der Rabattcode? Moment mal, findet er es jetzt nur schön, weil es so günstig war?